Ich muss alleine spielen. Ich bin so alleine. Ihr Osu, hier ist wieder Nindofreak. Heute habe ich mir vorgenommen, werde ich es schaffen, dem Bossgegner, nach diesem letzten Part, wo ich gedacht habe, man könnte das unter Wasser machen, aber das war ja nicht so. Und ich bin nicht am Checkpoint. Und das ist jetzt sehr enttäuschend, weil mit meinem kleinen Schnuppel-Item hier geht das wunderbar. Geht das so einfach? Ich muss mich festhalten. Ich meine, ich grebe mich an den Dunk. So, und die Sache geht weiter. Festhalten, klettern, und nochmal, das geht so einfach, wenn ich das Item benutze, das ist Wahnsinn. Ich habe die Galaxy-Ohrwürme im Kopf. Super Mario, oh. Ah, zum Glück. Was? Oh, Kacke. Das ist mein Lieblings-Item weg. Weil ich zu früh hoch bin. Aber da ist jetzt bestimmt eins drin. Ist zwar nicht mein lustiges, wunderschönes, äh, wie heißt der, Propellerpilz, aber es ist immerhin was. Ähm. Gotta help. Oh, fort mit dir. Der hat's gerade in die... Ja, so viel Glück haben wir gar nicht haben. Ich finde das geil. Ich finde das geil. Und er soll bloß aufhören zu singen. Ui. Jetzt muss ich's nur bei den Fischen behalten. Ich weiß jetzt, wie die funktionieren. Was war denn das gerade? Komm mal her. Fein. Feiner Fisch. Die hören gar nicht auf. Ich dachte, die bremsen wenigstens irgendwann ab. Komm her. Wow. Auf geht's. Ja, ich dachte, der bleibt am Block hängen. 27 Münzen. Gleich sind's 30. Oder auch nur... Drei. Ich hatte 27. Jetzt sind's 45. Also... Sind's auf jeden Fall... Viele. Hm. Diesmal weiß ich ja Bescheid. Nicht zu früh. Oh. Gerade eben hab ich gesagt, dass ich... Ich bleib da jetzt drin. Aus reiner Vorsicht. Und... Nicht zu früh. Ah, das war knapp. War's nicht, aber... Ähm... Ah! Was brüllt denn der hier so rum? Er brüllt, weil er gar nicht fast... am Arsch gewesen wäre. Run, run, run. Run, 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 run. Episch zu Bettenmusik, die ich je gemacht habe. Es tropft. Du tropft. Schalala, 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 okay. Das Lied muss man kennen. Das ist von Basta. Das ist eine A Cappella-Band. So, jetzt heißt es... Schön vorsichtig sein. Warten, bis das Wasser weg ist. Und dann ihren Arsch treten. Nummer 1. Auch für mich Nummer 2. Jetzt kommt wieder Wasser. Hey, das wird einem ja angezeigt. Ah, ich wollte vorher nochmal schnell... Ich wusste, dass es so lang dauert. Ah, ich behänge hier etwas... Cool. Oh Gott. Das ist doch unmöglich. 2. Oh, Mann ey. Aber ich schaff's. Ich krieg das noch hin in dem Part. In dem Part krieg ich das noch hin. Jetzt hol ich mir als erstes meinen E-Term. Äh, jetzt hab ich gar nichts mehr. Ich muss das jetzt hinbekommen. I-Mui. 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 Das soll wohl nicht so schwer sein, da die Dingern, den Dingen auszuweichen. Äh, ganz langsam. Ist er gewesen. Das ist schon gleich immer. Es wird Spaß, wenn ich Galaxy spiel. Ich hasse... Ich hasse es. 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 26 sind es die Millionen Telefonate. Dann gibt's mal Quark. Dann haben wir noch das Problem. Mit wem quasselst'n du? Oh. Mir selbst. Ich bin Let's-Player. Die quasi nimmt sich selbst. Ah. Oh! Das war dumm, war das... Oh, weißt du was? Jetzt geh ich da runter. Hm. Da ist da unten sterb. Ja. 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 Ihr dürft mich... Ah, nein, nein, nein. Ich wette, da ist jetzt ein Pilz drin. Guck mich an. Jetzt hab ich die Sternen müssen. Unten ab. Hallo. Du guckst mir direkt in die Augen. Wie nett. Toll. Wahnsinn. Ich bin so toll. Du sagst Schwarten oder was? Ja, du brauch ich mich ja nicht. Dann wär ich wieder in der Höre drin. Da gibt's doch bestimmt ein verstecktes Item. Irgendwo. Bitte. Das ist doch nervtötend. Ich hasse Verwandtschaft. Nein, nein. Ähm. Ich mach jetzt... Ich versuch's nochmal. Ja, auf geht's. Ich weiß, die Zauberer ist toll. Jetzt kommt das Wasser. Ah, warum muss es immer ganz am Anfang kommen? Ich weiß nicht. Ist euch das schon aufgefallen? Bei Magisch-Spielen ist es die magische Zahl 3. Alles dreimal. Bei Galaxy musst du meistens deine Gegner dreimal treffen. Kack. Kack. Hast du drüber gesprungen? Hast du tot? Trifft sich gut, weil die Zeit ist grad oben. Aha. Das kotzt mich an. Naja. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.